Hallo und herzlich willkommen zu einem wonderful neuen Part von Let's Play Rogue Company. Heute gibt es wieder einen Part Strikeout. Und zwar wieder... Ne, heute mache ich Ronin. Heute habe ich so richtig richtig Lust auf Ronin. Aber ich werde auch wieder die Maschinenpistole nehmen. Die SLC. Und... Wenn Seeker sowas wie Lancer wäre oder Phantom hätten wir eine Damenrunde. Schade. Ja, ich nehme wieder die SLC. Und das ist dieser aktuelle, zeitlich begrenzte Modus. Ah ne, eine 10er Phantom, 7er Dahlia, 7er Umbra und Mech. Ach. Und keine Skins. Doch hier, Kestrel hat den Neonizer Skin für die Waffe. Äh... Ja. Puh. Ähm... Dahlia wird mit Sicherheit mit Mech koppeln. Oder was hatten die noch? Umbra und Phantom... Ne, die nimmt Mech. Die nimmt Safe Mech. Die 25 Extra-Rüstung schon von Beginn an. Das ist einfach zu gut, ja. Äh... Was hab ich? Ich hab... Ich hab... Ich brauch... Ich hätte Zähigkeit genau in der Runde, in der mal kein Dima mitspielt und keine Switchblade... Also nicht als Gegner. Genau in der Runde hab ich Zähigkeit als Extra. Ich hab einen Kill. Oh. Es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder so an. Puh, pfff. Das war ne Sniper. Ich muss Hilfe. Let's move here. Henry spot her. Now... Ok. Und gut. Wissen Sie, was das Spiel bräuchte? eine neue Map. Wir hatten schon oft einen Charakter. Aber so eine... Ja, alles ob! Nee! Ich Idiot! Nein, Sniper! Die stehen alle da. Die stehen alle an dieser Ecke. Nei! Ah! Alles ob. Alles ob. ob die genau jetzt hier um rennt ja hab das gesehen beim herziger samarita die die diesen singen sind spielerin und die ist afk meine güte und kein avatar kein banner kein rahmen pain jetzt dauert es noch 35 sekunden wieso habe ich diese runden immer wenn ich die ist nicht afk warum steht die dann da so rum dann springt die runter das ist vor der runde genau vor der runde hatte ich so eine gute runde skirmish dodgeball ich habe sie nicht aufgenommen leider aber es war so eine gute und wir haben die gegner zerstört nicht dein ernst hi boy wo ist mein team wo ist mein team mein messer ist noch da was ein mieser winkel luft da war gerade wieder so ein kleiner lag so ein verdammter kleiner lag danke sehr die habe ich halt auch schon gelevelt so Mist die habe ich alle schon die habe ich alle schon gelevelt oh nee nee okay es geht Ammo rausziehen geht doch noch das ist sehr interessant ach wer wirft doch diesen Dart hier Nachschub und dann die Spitfire aufleveln falls es zu Munitions Engpässen kommt ganz ruhig ganz ruhig alles gut alles gut die haben nicht allzu viel explosives Zeug eingesetzt außer die Ambra Spinne aber die kann man nicht wegdenken die Spinne ist Kill ähm hm 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 C ja runter und zu C oh das mit dem ja man kann vom Wingshook direkt auf die Zipline gehen aber das ist sehr gefährlich und das ist ja auch etwas was ich nur sehr selten mache die Spinne hat mich gekillt du Noob sweet ach ja dann holt die mich weg nimm doch ein was war das jetzt nimm ne so nicht ja die sind alle hier alle sind sie hier ach komm schon nimm die nicht ja und jetzt nehmen sie ein dann nimm mommy runter dann ich also mal los los j j j j j j j Okay. was wie schnell respawnen die und vor allem wo respawnen die und wo respawnen wir am Ende der Welt die stehen einfach mit einem Fuß schon im Punkt drin wenn sie wiederkommen nice nice will der mich verarschen gönn die Axt easy 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 oh ja ich hab geworfen ich werfe und dick hält mich um die Ecke genau genau so wie es ist sein ja ja und der springt wieder runter das ist so ja ich hol mir Zähigkeit vielleicht bringt's was das ist mir hier zu egal ich bleib trotzdem noch ein bisschen drin wo steht die um wo kommt der her dreh dich um dreht euch doch um ich hab geworfen ich hab geworfen ich hab den Knopf gedrückt ah was ist das hier für ein betrug ich das ist ich hab keine Ahnung was ich mit dem Messer machen soll ja genau ja genau und das war ein Ace das war ein richtig geiles Ace von mir das war ein das war ein das war ein das war ein oh ne oh ne ah ich bin noch weggerollt wo kommt der her schmutz ja und vor allem wir sind hinten ich mach ein Ace und wir sind hinten und wir sind nur noch zu dritt Was ein Dreck. Was für ein Dreck. Oh man, schaltet bitte beim nächsten Mal wieder ein, dann gibt es hoffentlich eine bessere Runde. Hey, SLC gemeistert, nice. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier, 10 Kills mehr als der Zweitplatzierte, ach. Oh man, ciao.